Guck mal hier! Da! Die Kurve, schön neu und dann... Willst du auch haken oder wo warst das Ding mit? Wanderstuck. Hier nicht drauf kommen am besten. Brauchst du hier mal was, ne? Und dann kann man das denn jetzt hier am besten... Hier müsste man hier so eine Wand einfach... Hey, 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 hey! Jawoll! Also man kann die Kurve ohne Umsätzen nehmen, ne? Man kann die Kurve ohne... Das ist eigentlich dann zu... Muss eigentlich enger, ne? Ja, das geht so gerade, ja. Aber ein bisschen Support muss da halt rein, ne? Ach... Ein bisschen... Na klar... Nee, das geht noch nicht, aber... Wir sind jetzt eher in der engen Kurve, da... Da drückt es immer so richtig zusammen, da ist irgendwie so eine Art Stufe oder so. Ja, ja. GoPro aus. GoPro ausschalten. Viele. GoPro Aufnahme stoppen. Wow! Wow! Hey! Wuh! Knapp! Das ist hier wirklich häktig. Kann ich hier vor, oder? Ja. Ja, selbstverständlich! Aufnehmen. Okay, fوتig. Digger, salzige Dinge und in den Ofen mit der Abzug. Ein bisschen Paparoni und ein bisschen li 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 li. Ich drück den Abzug, wenn du nicht guckst. Deine Oma macht, wird mein Schleppboden ins Schwergewicht boxen. Digger. Das ist immer geil, wie Herr Grimm Digger sagt. Digger. Digger. Der Typ, der ist so eine Legende. Wirklich. Was macht denn Digger? Also... Du würdest das nicht mit Schuhen mehr, ja? Morgens erstmal ausschlafen. Vielleicht so um 14 Uhr. Aber das Traurige ist, er wird vor Till kommen und Till wird überhaupt nicht kommen. Ja, weiß ich nicht. Sonst starten Müll. simster ist ja im Saal kommen. Wirklich. Die Technikale heute wird nach 4, 9 ca. aber場ende Omecke hinten ist auf Dgram. ich soll den Kiesa übergenageln hier so watch out Enduro ey 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 ja sexy das wusste ey 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 du mal genau so machst du das ey Der Trainer mit der Analyse. Schön, ja, noch mal schön den Säckring runter machen. Kannst du auch ruhig anfahren? Ja! Ja, ja ja. Ja. Woh! Noch langsamer ging es aber auch nicht. Tritt da noch? Mit dem kleinsten Gang rein. Ah, da hast du hier eine Sorge. Selbst würdest du nicht bremsen, dann wärst du gleich ein bisschen knapper, aber wenn... Hallo. Ja, 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 abziehen, Backflip. Chicken Burger. Guck mal, so. Rote Gap. Interessant, dann zeig mal. Naja, ich bin noch nie von der Seite hier gefahren. Das passt. Ja, der ist super wert. Nein. Nein. Gary! Wow, Alter! Junge! Wie war das denn? Richtig zusammengesprungen. Du hast auch wie drauf gesprungen hier bei dem kleinen da, Alter. Ja, ich weiß. Was hast du denn da für einen Roller gemacht? So was. Ja, ich weiß. Oh, ja, das ist ein Lumpf. Oh, das ist ein Lumpf. Ah scheiße Brille Ah, ah, ah Ja, ja. Du musst nach vorne gucken. Guck, wo du hin willst. Guck, wo du hin willst. Guck, wo du hin willst. Ja, ja, ja! Ja, Handanlenker und Hackengas. Kannst du rollen. Pass, nee. Du musst schon nicht gut rollen. Die Excel, ich gut rollen. Nee, auch die Excel. Alter. Wie schnell willst du denn da reinfahren? Ist viel Hass in da. Mit dem Speed? Ja, weil du dann... Fuchs! Ja, dann kannst du hier vorne rein. Ja. Ach, scheiße! Kurvamarsch. Mach mal frei. Fabio. Ja, ja, ja. Nein. Kaputt gemacht. Baumstamm. Du dumme Sau. Kaputt gemacht. Au, au. Kaputt. Wir müssen mich sogar ein. Ich bin schon gehypt, dass du gekommen bist. Ja, ja. Ja, ja. Trust me, brother. Warte mal, du kannst ja gleich unten Tristan auffangen. Wird das Fahrrad da nicht hinlegen? Ja, dann kommt da sowieso nicht gut. Ja, langsam sagt der. Dann legst du dann noch den Baumstamm hin. Komm, leg da bitte noch mal ein bisschen Nagelbrett oder so hin. Komm. Ja, ja. Was geht noch? Der Fahrrad war halt einmal da und dann wieder zurück geschwunden. Ja, bei mir ist auch kein Ruck. Die ganze Zeit des Ruck-Ausklenken. Daнова befind ich mich. Ich gehe zum Drumherr. Also habe ich gerade gehört meinen Ruck-Ausklenken. Ich schaff auf keinen Ruck-Ausklenken. In der sich. Ich rezieiche. Ich denke, wenn du zu den Ruck-Ausklenklenker jetzt ins kinkrie. Du Bass, dein Ruck-Ausklenker. Es kann jetzt als Ruck-Ausklenker. Du bist zu deinem Ruck. Ich gehe auf jeden Fallig, Kam. Vielen Dank.